Am 2. Februar findet in Rochlitz das 14. Kugelstoß-Meeting statt. Die Vorbereitungen und der Kartenvorverkauf laufen. Ab 9.30 Uhr beginnt das Vorprogramm mit den Nachwuchswettbewerbern. 14 Uhr starten die Hauptwettkämpfe. Laut Veranstalter gibt es Startzusagen von den britischen und tschechischen Meistern. Dazu treten der deutsche Meister Simon Bayer und der Paralympics-Sieger Nico Kappel an. Bei David Stohr und Christina Schwanitz laufen die Vorbereitungen nach den Verletzungen. Wenn alles gut läuft, werden sie auch in Rochlitz starten, so der Veranstalter weiter.